Hallo, ich bin Jutta Xell und ich bin Vela Color Club Member. Illuminage ist für mich die Haarfarbe, die den puren Luxus zeigt, die für Farbeinsteiger optimal geeignet ist, weil es ein dezentes, sehr natürliches Farbergebnis ist. Der Zwang von, ich muss es ständig immer wieder machen, ist nicht gegeben, weil es wirklich so natürlich ist, dass es unglaublich schön rauswächst, aber auch gerne wiederholt werden darf. Mit Illuminage gebe ich der herkömmlichen Balayage nochmal ein immenses Upgrade mit noch mehr Natürlichkeit, mit noch mehr Glanz, mit noch mehr Brillanz. Der Trend konfrontiert uns im Moment damit, dass die Haarfarben so multitonal sind, dass es wirklich eine Herausforderung ist für den Friseur, die Bilder, die die Kundin mitbringt, auch umsetzen zu können. Da hilft uns Illuminage dabei, weil es uns wirklich alles ermöglicht, was der Kundenwunsch im Moment ist. Das heißt für mich, dass Illuminage wirklich ein Beratungsgespräch erfordert, weil der Kundenwunsch ist ganz klar da nach solchen Haarfarben. Das können vom Friseur aus. Man muss es nur noch auf einen Nenner bringen und dann passt das Ganze.